Hallo und ein herzliches Willkommen zurück zu einem weiteren Applied Energy 6 II Tutorial. Heute geht es um den Storage Bus und der ME Storage Bus wird hergestellt aus einem Piston, einem Sticky Piston und einem ME Interface und daraus erhalten wir den ME Storage Bus und ich zeige euch heute einmal wie der ME Storage Bus entsprechend funktioniert. Also zunächst einmal müssen wir einmal gucken. Wir nehmen uns hier mal einmal, bauen wir das Ganze entsprechend einmal auf. Wir connecten das Ganze mit einer Chest, also Shift und Rechtsklick und dann können wir über ein entsprechendes Kabel das Ganze mit unserem ME System entsprechend einmal verbinden. Und wenn wir jetzt einmal gucken wollen, können wir hier in dem Storage Bus sogenannte Filter anlegen. Das bedeutet wir wollen jetzt hier zum Beispiel einmal sagen, okay hier soll Whetstone exportiert werden. Wir gehen jetzt hier aber allerdings einmal noch mal kurz auf Priority und setzen die Priority auf minus 10. Das bedeutet, wenn wir jetzt hier Whetstone Dust einmal einfüllen, bedeutet das dadurch, dass die Priority hier minus 10 ist, geht unser Whetstone direkt in die Storage Cell des ME Drives, weil hier ist die Priority auf 0. Das heißt, wir haben hier eine höhere Priorität, somit wird das Whetstone entsprechend gefiltert auf den ME Drive. Nun können wir allerdings halt sagen, okay, wir wollen jetzt hier einmal auf plus 10 zum Beispiel und damit ist doch die Priority auf jeden Fall höher und es passiert allerdings nichts, weil wir haben trotzdem immer noch die Items hier drin und wir haben in der großen Kiste immer noch nichts. Das ist natürlich blöd. Das funktioniert jetzt folgendermaßen. Ich nehme jetzt hier zum Beispiel ein Whetstone Dust raus und gebe diesen Whetstone Dust wieder in mein System rein und dadurch, dass wir jetzt hier eine höhere Priorität eingestellt haben, haben wir jetzt in der großen Kiste 32 Whetstone Dust. So funktioniert das Ganze halt auf jeden Fall. Wenn wir jetzt im Grunde genommen alles einmal rausnehmen und packen einmal alles hin, dann sehen wir, okay, unsere Festplatten sind grün. Das heißt, da ist nichts mehr drin und unsere große Kiste ist jetzt derjenige, der Whetstone Dust abnimmt, bis die Kiste entsprechend voll ist. Funktioniert halt im Grunde genommen genauso wie ein MA Drive von der Sache her, wo wir Sachen entsprechend einladen können. Im Early Game können wir zum Beispiel halt natürlich damit entsprechend, ähm, ja, wie soll man sagen, unsere Kisten, die wir haben, können wir damit entsprechend verbinden und damit haben wir direkt halt im Grunde genommen Zugriff auf unsere Kisten. Das ist auf jeden Fall schon mal gut von Vorteil und, ähm, ja, wir haben auf jeden Fall noch die Möglichkeit, ähm, ein bisschen was zu konfigurieren in dem Storage Pass. Das heißt, wir könnten jetzt hier zum Beispiel sagen, Insert On Only, das bedeutet nur Sachen können entsprechend reingelegt werden und wir sehen, ähm, wir haben keinen Zugriff. Wir haben keinen Zugriff mehr auf die Sachen, nur Sachen werden reingelegt. Das bedeutet, wenn ich jetzt hier sage, okay, ich habe jetzt hier meine 32 Whetstone Dust, pack die hier rein, ähm, sind weg, verschwunden, einfach komplett weg. So, wir sind aber in der Kiste halt entsprechend drin. Klar, logisch. So, wir können natürlich auch sagen, okay, be directional oder Extract Only, also wir haben da auf jeden Fall verschiedenste Einstellungsmöglichkeiten. Ähm, No Only und dann haben wir hier auch nochmal Report Inaccessible Items. Ähm, Yes, Items that cannot be extracted will be visible. Und das ist nämlich genau das, wenn wir sozusagen halt entsprechend nicht drauf zugreifen können. Also da haben wir auf jeden Fall hier nochmal ein paar Möglichkeiten, ähm, entsprechend was einzustellen. Wir können auch die Konflikts sozusagen zurücksetzen, ähm, und wir können hier natürlich noch mehr Filter sozusagen einsetzen, aber in der Regel wollen wir da, wir wollen ja gar nicht mit Chess arbeiten. Das ist ja gar nicht das, was wir irgendwie machen wollen. Ähm, was wir allerdings durchaus machen können mit dem Storage Pass, das ist eine, auch eine, im Late Game eine gute Alternative, ist, dass wir, äh, auf andere Modifikationen zurückgreifen. In dem Fall, ähm, würde ich als Tipp zum Beispiel einfach mal geben, in das wir vorgehen, die Supreme Black Hole Unit. Bedeutet ganz einfach, wenn wir von einem Rohstofftyp oder Item ganz, ganz viele Rohstoffe haben, können wir den auslagern in eine, in einen extra Bereich oder in einer extra Kiste, beziehungsweise in einer extra Block Maschine, wie auch immer. Und da gibt es zum Beispiel die Supreme Black Hole Unit, die super, super viele Items passen können. Das sind über, ähm, über zwei Milliarden Items, die da sozusagen rein können. Und das, äh, das wollen wir einfach mal anschließen. Das heißt, äh, das funktioniert nämlich genauso. Das heißt, wir haben hier so einen MBStorage Bus, connecten das Ganze im Grunde genommen mit unserem Netzwerk einmal. Wir sehen Devices online, sehr schön. Und wir stellen hier einmal die Priority hoch auf 10, damit wir auch sicher gehen können, dass hier entsprechend was passiert. Und wir wollen hier zum Beispiel einfach mal Cobblestone auslagern, weil wir haben genügend Cobblestone. Wollen den allerdings nicht wegwerfen und, ähm, sagen halt, okay, wir packen jetzt den Cobblestone hier rein und wir sehen, in unserem Supreme Black Hole Unit, er wurde entsprechend als Storage Bus mit erkannt. Und wir können jetzt auch ganz nochmal trotzdem auch zugreifen halt hier, ne? Und wir können damit jetzt irgendwelche Sachen craften, wie wir das ganz einfach gewöhnt sind. Soviel auf jeden Fall zum MEStorage Bus. Wir können auch noch, ähm, by the way, noch ein paar, ähm, Upgrades auf jeden Fall machen, ein paar Capital City Upgrades, Musikcard und Inverter Card können wir auch noch ein paar Upgrades mit installieren in den MEStorage Bus. Aber so, so viel erstmal dazu. Vielen Dank fürs Einschalten und bis demnächst. Ciao.